was geht und willkommen zurück zu meinem video von minecraft dragons zu folge 11 ist auch da aber nicht ich habe ein bisschen was gemacht wieder und zwar ich habe jetzt mal schon gezeigt ich habe jetzt eine frage und wir haben jetzt eine küche können wir jetzt hier sachen kochen hier noch was schmelz aus dem messerofen für fleisch haben wir ein messer zum cutten haben hier unten kam jetzt wo ich alle unsere essen bei allem also essen gemacht haben hier unsere anderen kochdinger hin die hose noch schränke dann habe ich mich noch darum gekümmert dort hinten die burg zu bauen ich sehe ich habe kein essen mehr die brücke zu bauen so rum wo ist essen also was genug viel folge ist das hat recht reicht mir und mache ich kurz noch ein weiter ein zweimal behalten für anbauen mache ich mir kurz ein paar goldene carrots wenn wir jetzt ein wenig ausgestattet sind so können wir das wieder jetzt oder ja zurück erstmal müssen essen viel folge ja ich habe heute zwar nichts geplant was wir können schlafen gehen das habe ich geplant aber hauptsächlich habe ich nichts geplant ja es gab sonntag keins zum ich weiß habe ich mit was aber cares dafür habe ich dann einfach hier ist noch gebaut wir haben eine schöne neue brücke ist jetzt noch nicht fertig aber ich habe eine menge zeit also ich bin jetzt seit zwei stunden oder so online habe immer zwei stunden die brecke gebaut das ist crazy und ja da kommt halt und noch mehr schützungen unterstützung wollen hier oben kommt noch was rüber jetzt auch in regenschutz hat kann man sagen und ja ist vorher zu folge in seiner namen sonntag werden wir live sein wahrscheinlich zu dritt oder so gucken je nachdem und werden in z2 starten also seid unbedingt dabei was da kommt unsere folge aus z1 und was machen wir ist eine gute frage könnten theoretisch exploren wir könnten auch im netter gehen jetzt habe ich keine keine live chat der mir bei abstimmung helfen kann ich bin erst mal ein bisschen ob mit weil ich weiß nicht wieso aber mein obi ist weg ah true jetzt weiß ich woher mein obi gepackt habe ich habe die kisten gemacht ich habe obi barrels und obi kisten ja aber ist ein bisschen mangelware für bei mir gerade deswegen nehme ich das auch mit im fall ich will mal wieder die kregen obi braucht weg kregen obi genommen hat dann nehme ich mir das einfach wieder und fifi hat den prank aus dem letzten livestream also nicht letzte woche sondern der folge woche sonntag gefunden doch leider hat das gestern auf stream auf screen ist also bei euch vorgestern auf screen gefunden und ausgelöst fand ich ein bisschen schade weil das war das erste mal wo er auf screen war da habe ich nicht erwartet dass er auf screen geht und ja das wir was ich mit jason gemacht hatte ich weiß gar nicht mal ob ich das schon erzählt habe bei losten schön troll gebaut also halt einen geilen troll und zwar den hier also einmal so ein no entrance step only ding hat sich immerhin abgebaut und mit so eine bar wir hatten hier so eine pressure plate und dann könnte man hier so machen also erst mal drüber laufen und dann wurde es abgespielt und dann war hier noch so ein s bild war hier oben noch im wieben keine ahnung wer das war jason oder so ja und sie hat inzwischen hier auch schon ausgebaut und ich habe immer noch die boxen ja wie geil wenn man da nur an dem arm aus der story gibt so ist dass der irgendwann irgendwo steht wo er nicht soll oder wie schieben auf jeden fall hat sie ihren armen aus dem netter ist auch was schick ist ich weiß gar nicht mal was hier alles hat jetzt sehr der mensch brauche ich tatsächlich dass sie mal ein bisschen was da du magst mich an alle dauffällen das kann ich hat sie im viel muss ich habe es auch gut hat sie hier mit iron present und herzlos nämlich ich bin da hast du auch mensch also ich hätte es fies sein einfach hier so einst klar sind fehlt dir 1 für den fünften chunk er hängen dann hat sie vergessen essen ganz wichtig brauche ich hier sequester quasi gesucht hatte ich habe sie es gesucht hatte ehrenlos sein kurz so sieht schick aus hier sehen wir mal nicht dass sie gemacht hat da war ich glaube ich manchmal nicht dabei das war glaube ich gestern war kann sein war ich nicht dabei habe ich selbst was gestern kann ich die kurve auf die vorgesetzen das war irgendwie witzig kann ich mal kurz irgendwo und hierher bekommen was jetzt nicht auch direkt weg stirbt das wäre auch ungewinnützig so bringen wir mal das schaf rüber dafür unversehrt übrigens das hier war wie jason mit dem britischen hatte das sind langweilig da wo man sich das weg machen sollte ich war es definitiv auch mal nicht hatte jason sich ein bisschen ausgetobt jason aktuell am wenigsten fortgeschritten mit den quests und zusätzlich sagt wenn ich da also ja das hat auch scheinbar ich weiß nicht durch einen guten fortschritt gemacht aber weil ich weiß nicht wie weit sie aktuell ist für mich aber noch fertig deswegen machen wir auch ein chill und willow als auch diese woche ist alles nach zeitplan also nach upload plan bei mir also nichts vergessen habt ihr auch noch am samstag und raf video endlich mal wieder so so einfach mal die brise jetzt nicht um ja jetzt wollte ich ist das anzeige das ist ja 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 doch selbst davon welche ich dachte schon dass ich hier was kaputt gemacht habe naja nicht anders mal mal kurz so viel übergehen der hat nämlich ich glaube nicht mal gecheckt dass wir nicht mit dem talk also war ja auch unser deutschland nicht geht also auch als er das zwei hoffentlich wieder gehen sollte der weg jetzt kurz eben zu viel rüber weil ich wird zeigen dass wir gemacht hatte da hat die müssen das gemacht also wir hatten im stream die brücke gesprengt wir haben hier ins team die brücke gesprengt das war schon vergnügen ich glaube das war irgendwie so 4 tnt die wir da hingeballert haben dann wo viel die farben baut hatten wir eine starke baut und das noch geglaubt ist irgendwo hier oder so das war crazy das hat schon großen radios gehabt dann müssen abgefuckt davon aber jedenfalls hier war auch ein kompletter wald gezogen ans bruce und hat da scheinbar auch schon weg gemacht war auch mega fahne reaktion ich weiß nicht was ihr checkt hat aber hier ist extremst viel von diesem kleinen zeug weg einfach weg gemacht worden von mir hatte viel am sonntag jedoch dekorationen gebaut überall und ich sag mal so ist die schick aus ich finde das hier ist die aus so richtig naja sieht nicht schön aus ich mag das nicht sieht nicht gut aus somit schon ein bisschen was machen sonst wichtig haben gut ich bin ein bisschen reis mit er sagt ich kann mich bedienen mache ich das auch ich bin ja jetzt interaktionen kann man äh interagieren kann man ja man kann nur nichts abbauen deswegen vorteil nehmen und ich kann ihr alles gebrauchen für vor allem zwei weil ich möchte das mit kochen durchstarten wir werden auch eine mod drinnen haben die eine erweiterte küche hinzufügt sprich nicht mal das kleine ding was ich jetzt aktuell habe in der base so alles mal mitnehmen ja hier wird auch im haus müssen ausgewählt wie ich putze viel fies von busser stand da stand busser nicht putze nutzer dann hat er hier sein charlte ich weiß nicht was er hat irgendwie tausende endwills dann auch ein ganz wichtiger hinweis immer ist auch immer da oben nicht fertig machst das weiß ich auch nicht ich mag die dinges juli hat ja eine falsche import das habe ich auch mitbekommen hätte ich ein buchen platziert ich habe ein bisschen lab ist schon gespendiert gehabt das finde ich extremst cool so diese dinger sehen extremst cool aus also es gibt generell sehr viele variationen vor allem auch mit den collapsible blocks ich finde dieses portal hat schmuggers oder breite wird ja auch noch groß auswachsen das wird ja auf dem leben der eigenen auf der eigenen insel da sein wahrscheinlich sogar muss ich auch überlegen es sogar in der flying island muss ich mir auch überlegen jeder schön dass bin mit meiner head right round und wenn wir ein zurückgehen hatte und hier auch noch mal ausgebaut dass der lampe 3 2 hier das ist schick wir hatten mal das restaurant von die man das geklaut also hat kein redstone mehr das bild hatte ich mir immer unten bei seiner alten base ausgetauscht also ist also zudem gemacht von seinem volks picture frame als troll so und ja ich muss sagen hat style die hier oben auch eine schöne küche ja auch nicht gesehen was ist das hier eigentlich nicht nehmen schade ein schadendes messer sieht schick aus in der nacht der natur liegen wir denn jetzt nach hause denn das war es mit dieser folge von minecraft dragons es war eine kurze folge aber es war halt eine rundtour folge was so passiert ist in der letzten zeit und ich finde sowas ist auch mal wichtig und ja schreibt mir gerne wirklich gerne super gerne in die kommentare was ihr als nächstes sehen wollt ob wir eventuell weiter hier terraform ob wir vielleicht mal den berg uns da vornehmen sollen mit dem nether portal bis dann die ganze insel oder sollen wir mit fifi mal wieder eine folge aufnehmen und ein bisschen exploren in richtung weil wir mit lost eine folge aufnehmen sollen wir mal mit jason eine folge aufnehmen obwohl jetzt erstmal nicht da ist was wollt ihr in der nächsten folge sehen schreibt es wirklich in die kommentare und dann würde ich sagen wasser folge haut rein und ciao